Herzlich willkommen zu Folge Nummer 260 von Dirty Minutes Left Libaner. Ah, hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Coca-Cola Energy ohne Zucker. Genau, das ist die Cook Zero Variante quasi von dem, was wir letzte Woche getrunken haben. Es hat ebenfalls 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Oh, auch lecker. Aber ja, ich fand die letzte Woche doch besser. Die war auch besser, die war nicht so sauer. Diese hier ist ein bisschen saurer. Aber ich glaube, das nehme ich in Kauf dafür, dass kein Zucker drin ist. Ja, kann man gut trinken. Ja, kein Zucker, das ist ja gut für deine Diät. Ja, das ist mir heute tatsächlich egal. Also ich mache ja wieder Slow Carb Diät. Und da bin ich auch sehr erfolgreich. Ich habe nämlich von 84,9 Kilo letzten Sonntag auf heute Morgen 83,2 Kilo abgenommen, was ein Regressionswert über die sieben Tage ist von 83,8 Kilo. Weil ich benutze ja diese App Skelter und die zeigt eine lineare Regression des Gewichts, damit du nicht denkst, oh, jetzt habe ich ja so viel abgenommen und jetzt habe ich aber wieder ein bisschen zugenommen. Sondern das ist quasi, da geht davon aus, dass du eine lineare Entwicklung hast und das über einen bestimmten Zeitraum. Da kannst du sieben Tage, zwei Wochen und einen Monat eingeben, glaube ich. Und dann zeigt er den Wert, den du wahrscheinlich in Wirklichkeit hast, abgesehen von den vielen Wasserschwankungen und so. Ja, genau. Wenn du deine Diät quasi beibehältst, dann ist das schon ein ganz akkurater Wert, der da steht. Und da ist bei mir momentan eben 83,8 Kilo als Regressionswert angegeben. Das wird natürlich ein bisschen sich anpassen, je nachdem. Also der schwankt dann halt immer nur sehr wenig. Okay. Während die echten Werte schon extrem schwanken. Also das ist natürlich mit Wassereinlagerung und so ist natürlich viel Differenz jeden Tag. Wie geht es dir? Mir geht es soweit ganz gut. Wir sind weiterhin hier, ich will nicht sagen eingesperrt, aber wir sind halt weiterhin in der Wohnung. Es ist weiterhin Corona. Und ich habe letztens endlich mal Hefe gefunden im Supermarkt. Ich habe einen Hefezopf gebacken, das fand ich ganz gut, den ich schon lange backen wollte. Und dann aber aufgrund meiner Reise nicht backen konnte. Und jetzt hier aufgrund von Hefemangel nicht backen konnte. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Ansonsten mache ich tatsächlich gar nicht viel. Also ich surfe zu viel im Internet. Und ich spiele halt ein bisschen Switch und das war's. Ja. Was spielst du da momentan? Ach, verschiedenes. Also ich habe jetzt, ich spiele jetzt gerade Enter the Gungeon relativ viel. Das ist so ein Roguelike-Shooter auf der Switch. Gibt es auch für andere Systeme. Wo man halt rumläuft und ganz viele verschiedene crazy Waffen bekommt. Unter anderem so ein T-Shirt-Kanone oder so ein Kram. Und damit muss man halt durch so einen Dungeon gehen, wo halt andere Waffen sind und andere Gegner, die man halt abschießen muss. Und ja, wenn man stirbt, ist man tot und darf wieder von vorne anfangen und hat alles verloren. Das ist ja quasi eins der Charaktere oder dieser Merkmale für einen Roguelike. Hast du denn tatsächlich alles verloren? Ja. Okay. Nein. Also nein, ja. Erzähl ich gleich. Und die Dungeons, die werden halt zufällig generiert. Das ist ja auch noch ein Zufall. Also es ist nicht jedes Mal das Gleiche, was man da macht. Das ist aber alles sehr, sehr ähnlich. Was man, man verliert alle Waffen und alles, was man einsammelt, verliert man. Was man nicht verliert, ist so eine, so eine Ingame-Währung, mit der man Sachen freischalten kann. Also du kannst halt dann in so einen, zu so einen kleinen Laden gehen und dann kannst du sagen, hier für diese Ingame-Währung möchte ich jetzt hier gerne den Raketenwerfer freischalten. Das heißt nicht, dass man den dann bekommt. Das heißt einfach nur, dass es sein kann, dass der dann auf einmal in dem Dungeon in der Truhe auftaucht, dass man den dann da findet. Das erinnert mich an dieses Musik-Dungeon-Crawler-Spiel. Wahrscheinlich sind die alle so und dieses Musikspiel hat das von dem geklaut. Wie ist das denn noch? Crypt of the Necrodancer, das ist auch ein Roguelike, das ist genau das Gleiche. Der Crypt of the Necrodancer hat halt diesen Spin, dass man halt immer im Takt der Musik Sachen machen muss und bei Enter the Gungeon halt nicht. Das ist halt aber auch so eine Top-Down-Perspektive und man kann einfach rumlaufen. Also das ist mehr Echtzeit als das andere ist. Das andere ist ja rundenbasierend, auch wenn die Runde sehr, sehr kurz ist. Also wirklich so im Halb-Sekunden-Takt eine Runde. Aber das ist halt alles und das basiert alles auf dem Spiel Rogue, was in den 80er Jahren irgendwie entwickelt wurde und halt auch komplett eigentlich nur aus Textcharakteren besteht. Okay. Also sehr, sehr simple Grafik hat. Ja, aber das hat halt auch schon diese Sachen, diese zufällsgenerierten Level und wenn du halt tot bist, bist du halt tot. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool. Das macht es natürlich auch so ein bisschen repetitiv, dass du halt immer wieder im ersten Level mit einer kleinen Pistole anfängst und dich da erstmal wieder freikämpfen musst. Aber so ist das halt. Ich sehe gerade, das ist 1980 erschienen und ein DOS-Spiel gewesen. Das heißt, wer das jetzt spielt. DOS oder nicht? Ich glaube, Unix. Also ich glaube, das kam auf. Es gab es auf verschiedenen Plattformen. Apple II, Atari ST, C64, DOS, Großrechner, Linux und macOS. Genau. Und das ist tatsächlich auf Großrechnern erst erschienen. Also in so einer Universität, glaube ich. Und das hat deswegen keine Grafik, weil viele, viele Leute, die halt diese Rechner bedient haben, nur so Text-Terminals hatten. Ach ja. Also die konnten gar keine Grafik darstellen, die Leute, die das halt benutzt haben. Und deswegen ist es halt auf Text-basierend. Hätte ich ja schon mal Lust, das zu spielen. Kannst du die auf dem Mac mit Brew installieren und dann soll es eigentlich klappen. Bei mir hat es nicht geklappt, aber... Da gibt es bestimmt auch irgendeine Web-Variante von. Gibt es auch, ja. Hm, cool. Na gut. Ja, wo sind wir sonst? Ich habe gerade meine Show-Notes verloren. Beim Corona und wie die Stimmung bei euch zu Hause ist. Da habe ich ja auf ein... Hast du mir gerade im Vorfeld schon erzählt, dass da was ganz Schreckliches passiert ist. Das hat überhaupt nichts mit Corona zu tun. Meine Kinder haben sich eingesperrt. Wir haben uns ja jetzt... Wir haben ja diesen Garten und den müssen wir bestellen. Und deswegen... Bei Amazon? Wir haben da auch Nutzfläche und da müssen wir halt was einpflanzen. Und die Erde, die da war, die war einfach total verhärtet. Also da konntest du Brocken rausnehmen und hast gedacht, das sind Steine. Und die mussten wir einfach mal ordentlich durchsieben und ordentlich klein hauen. Und das haben wir gerade gemacht. Und während Angela und ich draußen waren, waren meine Kinder drinnen. Und haben gedacht, hm, die Eltern sind nicht da. Dann schnappen wir uns doch mal Süßigkeiten. Und die Süßigkeiten sind bei uns im Harry-Potter-Zimmer. Das Harry-Potter-Zimmer ist natürlich der Buchvorlage entsprechend der Raum unter der Treppe. Und da haben sie sich die Süßigkeiten geschnappt. Und haben gedacht, wir werden ja bestimmt erwischt. Also sperren wir uns mal ein. Und danach haben sie den Schlüssel leider verloren. Und dann ist Angela irgendwann zum Händewaschen reingegangen und hörte nur so ein leises Wimmern. Hilfe, Hilfe. Und dann waren meine Kinder im Harry-Potter-Zimmer gefangen und kamen nicht raus. Und die einzige Möglichkeit, sie rauszuholen, war, den Schlüssel, den sie selber hatten, zu benutzen, um die Tür wieder zu öffnen. Die hatten den also von innen abgeschlossen. Und das war eine relativ doofe Situation, weil es gibt nämlich das Harry-Potter-Zimmer. Also an der Treppe dran ist so ein Schacht. Und dieser Schacht führt bis unten in den Fußboden rein. Und wenn man da einen Schlüssel reinschmeißt, dann ist er quasi verloren. Und das ist zum Glück nicht passiert. Sondern sie haben den Schlüssel dann doch nach einer halben Stunde ein bisschen Panik und so haben sie ihn dann wiedergefunden. Ich hatte zwischendurch mein iPhone mit angeschalteter Kamera und Übertragung auf den Fernseher unter der Tür durchgeschoben. Damit sie mir zeigen können, was sie sehen, dann habe ich ihnen ein bisschen Anweisung gegeben, wie sie das zu fixen haben. Es hat dann aber auch letztlich ohne funktioniert. War einfach blöd irgendwo hintergefallen und dann haben sie ihn nicht wiedergefunden. Aber dann letztlich ja zum Glück doch noch. Das war ein großer Ärger. Ich bin ein bisschen verwirrt noch. Das Zimmer ist ja jetzt wahrscheinlich kein Zimmer, was man von innen abschließen möchte. Wahrscheinlich eher selten. Wohl wahr, ja. Könnte man vielleicht irgendwann, kann in Zukunft mal das Schlüsselloch einfach verblenden, sodass das gar nicht geht. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Einfach die Schlüssellocher alle zukleben. Wir wollen bei uns im Haus sowieso, abgesehen von den Toilettentüren, keine einzige Tür zuschließen. Und wenn wir das einfach, ja. Okay. Muss ja einfach nur, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei euch aussieht, aber wenn das so ein Beschlag ist, Beschlag abschrauben, Stück Pappe dahinter, Beschlag wieder draufschrauben, dann sieht man das von außen auch fast gar nicht. Ja. Und dann kannst du halt keinen Schlüssel reinstecken. Ja, das ist eine gute Idee. Also das wäre jetzt so die einfachste Variante wahrscheinlich. Ne, wir haben ihnen halt erklärt anschließend jetzt natürlich, dass sie das nicht machen sollten und dass sie sich nicht einschließen sollten und dass das blöd war und so. Und dann haben wir ihnen hinterher Süßigkeiten gegeben, weil sie ja auch wissen müssen, dass sie auch was kriegen ab und zu, wenn sie uns fragen. Eigentlich war das schon ganz schön doof. Ja. So ist das, wenn man Kinder hat. Riesenspaß manchmal. Toll. Kann ich empfehlen. Aber man hat immerhin Geschichten zu erzählen. Ja, das stimmt. Genau. Hier bei uns passiert tatsächlich relativ wenig. Also meine Frau, die studiert noch nebenbei online in so einer Online-Uni und die hat zurzeit die ganze Zeit irgendwelche Tests. Jetzt auch gerade. Und dann ist sie halt im Wohnzimmer und macht ihre Tests am Computer. Und ich sitze halt in der Küche und manchmal spiele ich die Switch, manchmal nehme ich Podcast mit dir auf und manchmal mache ich auch gar nichts. Manchmal lese ich auch einfach viel im Internet. Zum Beispiel habe ich gelesen, gerade so diese ganzen Corona-Sachen. Ich bin ja kein Arzt und generell Ärzte haben da glaube ich auch sowieso nicht so viel mit zu tun, sondern eher so Wissenschaftler und Epidemiologen, die halt mehr als nur eine Person sich angucken, sondern halt ganze Gruppen von Menschen und Bevölkerung. Und da hat die New York Times einen schönen Artikel gehabt, der dann auch hinterher von der Tagesschau für Deutschland übernommen wurde oder halt übersetzt wurde und wieder aufbereitet wurde. Und es ging um die verlorene, also die New York Times nennt es Missing Death. Die Tagesschau nennt es die Übersterblichkeit. Und die haben sich die Sterblichkeit über die Monate oder über die Wochen der vergangenen Jahre angeguckt, wo dann man halt sieht, okay, Grippe im Winter ist halt ein bisschen mehr, dann im Sommer ist es ein bisschen abgeflachter und im Herbst geht es halt wieder hoch. Dann haben sie die Zahlen, die berichteten Corona-Fälle, Todesfälle genommen, dazu addiert. Dann haben sie gesagt, okay, das ist die normale Sterblichkeitsrate, das ist die mit den Corona-Toten. Und dann haben sie nochmal die offiziellen Todesdaten von den ganzen Ländern genommen und haben gemerkt, oh, da fehlen ja noch mehr, da sind ja noch mehr Tote, als wir eigentlich angenommen haben. Und das ist so viel, dass zum Beispiel in Großbritannien wird vermutet, dass ungefähr doppelt so viele Leute an Corona sterben, wie offiziell reported ist. Moment, das heißt also, es gibt die Standard-Toten, die jedes Jahr um die Zeit normalerweise sterben. Dann gibt es jetzt ein paar mehr gemeldete Fälle, die durch Corona gestorben sind. Und das beides ergänzt aber nicht die Zahl, die jetzt tatsächlich gestorben ist. Genau. Okay. Also sterben an Corona oder an Nebeneffekten von Corona mehr Leute. Also es kann natürlich einmal sein, dass Leute sterben, die Corona haben, aber wo gesagt wird, ah, der ist alt und der ist an Herzstillstand gestorben. Er aber vielleicht gar nicht an Herzstillstand gestorben wäre, wenn er nicht Corona infiziert gewesen wäre. Und es sterben Leute, die vielleicht keinen Platz auf der Intensivstation bekommen, den sie sonst bekommen hätten, weil die Plätze halt belegt sind oder solche Sachen halt. Ja, okay, logisch. Das fand ich sehr interessant. Also viele Leute behaupten ja, Corona oder Covid-19 ist nichts anderes als eine Grippe. Und sonst sterben ja auch ganz viele Leute an der Grippe. Aber die Fälle, die man halt sieht, die sterben, sind halt deutlich mehr als das, was man sonst vermutet hätte. Ja, ist schon eigenartig. Und ja, da muss man sich natürlich dann vor schützen. Also man muss nicht nur sich selber schützen. Das Problem bei dem Covid-19 ist ja auch, dass man ansteckend ist, obwohl man das gar nicht weiß, dass man das sich selber schon angesteckt hat. Also es dauert irgendwie vier, fünf Tage, bis man selber Symptome hat. Und in diesen vier, fünf Tagen zwischen Ansteckung und Ausbruch der Symptome kann man schon andere Leute anstecken. Und irgendeine Studie in Island oder sowas war das, die massenhaft getestet haben, haben festgestellt, dass tatsächlich auch Leute, andere Leute anstecken können, aber selber nie Symptome zeigen. Also es kann gut sein, dass man selber sich angesteckt hat, auch schon vor einem Monat oder sowas, aber das nie gemerkt hat. Ja. Und deswegen gibt es ja jetzt auch die Maskenpflicht in fast allen Bundesländern, wo man halt in öffentlichen Bereichen, wo halt viele Leute sind, also jetzt nicht, wenn du durch einen Park läufst oder durch eine leere Straße, dann natürlich nicht. Aber wenn du irgendwie im Supermarkt bist oder mit dem Bus fährst, dann sollst du halt eine Maske aufsetzen, damit du halt andere Leute nicht ansteckst. Ja. Und das verstehen, glaube ich, auch viele Leute nicht richtig. Die glauben halt, dass sie mit dieser Maske sich selber schützen, aber das stimmt gar nicht. Sie sollen halt verhindern, dass sie andere Leute anstecken. Ja, es stimmt halt auch. Also ich habe, es klassiert momentan auf Twitter so ein Bild, vier Bilder untereinander, zwei Leute ohne Maske. Die Ansteckungsgefahr ist irgendwie 100 Prozent. Dann der Angesteckte, also der mit der Krankheit trägt eine Maske, dann sinkt es irgendwie auf 70 Prozent. Und der ohne Krankheit trägt die Maske, dann sinkt es ein bisschen weniger. Und wenn beide eine Maske tragen, dann wird es halt sehr, sehr gering. Und deswegen ist diese Maske für alle halt Pflicht, egal, ob sie krank sind oder krank nicht werden sollen. Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, also nicht jede Maske wirkt gleich. Also diese, es gibt diese Masken, diese Staubschutzmasken, die man vom Handwerken kennt oder sowas, die halt so einen Auslassventil haben, was halt die ausgeatmete Luft da relativ einfach rauslässt. Und die halten halt auch die Viren da nicht auf. Also da schützt du halt tatsächlich nur dich selber, aber nicht die anderen. Ja. Also sind diese Masken eigentlich, diese Masken sind halt für den aktuellen Fall halt unbrauchbar. Okay, verstehe. Und tatsächlich, die selbstgenähten Masken, die helfen ganz gut, weil sie halt dann auch die ausgeatmete Luft quasi rausfiltern. Man muss sie halt regelmäßig waschen. Und ja, also ich habe... Ich will mir tatsächlich auch eine basteln, aber ich habe noch keine Anleitung dafür, weil ab Montag wird das in Hamburg ja Pflicht werden und deswegen brauche ich eine. Eine Kollegin von Angela hat mir zwar eine gebastelt, genäht, aber die ist mir zu klein, deswegen muss ich jetzt selber eine machen. Ja, da gibt es relativ viele Anleitungen im Internet. Also es gibt einmal Anleitungen zum Masken basteln ohne Nähen. Da kann man halt so ein Stück Stoff, irgendwie so ein Küchentuch oder sowas nehmen mit ein paar Gummibänder und kann sich daraus so eine Maske zusammenfummeln, ohne dass man halt selber nähen muss. Und es gibt auch relativ viele Varianten zum Nähen. Also einmal so relativ einfache, wo man halt ein Stück Stoff in Falten legt und dann zusammennäht. Oder halt auch tatsächlich, wo du so eine Kontur ausschneidest und dann irgendwie verschiedene Stücke aneinander nähst, damit das so eine schöne Gesichtskontur bekommt. Genau, das ist mein Plan. Ich wollte dafür alte T-Shirts nehmen. Muss ich da irgendwas beachten in der Stoffart? Nee, Baumwoll ist halt gut. Und alte T-Shirts und generell alte gebrauchte Stoffe, die schon ein paar Mal durch die Waschmaschine gegangen sind, sollen wohl ganz gut sein, weil sie halt auch die Stoffe, die halt von der Herstellung, von Druck und sowas bei der Produktion entstehen, da die halt schon rausgewaschen sind. Ah, okay. Deswegen ist es eigentlich ganz gut. Was ich gemacht habe, also die Moni, die Nahlinse auf Twitter. Schöne Größe. Ja, schöne Größe. Die hat mir eine Maskenanleitung, so ein Schnittmuster geschickt auf Twitter. Das habe ich jetzt ein paar Mal genäht, noch ein bisschen abgewandelt. Also das erste Mal wieder so genäht, dann habe ich es noch mal ein bisschen abgewandelt, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, weil ich muss es jetzt nicht so hundertprozentig schön haben. Das besteht aus vier Stoffstücken, wobei zwei immer gleich sind. Das ist einmal Innenlage und Außenlage. Und die sind dann aber auch wieder gleich, weil du hast ja links und rechts. Genau, also es sind vier Stoffstücke, die gleich sind, aber die halt einmal links und einmal rechts rum genutzt werden. Und deswegen sind sie beim, wenn du bedruckten Stoff hast, sind die nicht gleich, dann musst du halt zwei gleiche und, ja, zweimal zwei gleiche ausschneiden. Okay. Wenn es dir wichtig ist, ist, dass der Stoff nicht nach oben und nach unten, also upside down ist, umgedreht. Dann gibt es von Burda Style, gibt es eine Maske, die ist sehr, sehr ähnlich. Nähfrosch hat so Masken. Also wir verlinken da, glaube ich, einfach mal ein paar Maskenvarianten, die ich so gefunden habe. Wie gesagt, ich habe jetzt die von, die mir Muni geschickt hat, ein paar Mal genäht. Und ich bin jetzt, ich habe eine Nähmaschine. Ich bin jetzt aber kein Nähmaschinen-Profi. Also ich habe letztes Jahr einen Becherhalter für St. Pauli genäht, quasi um beim Fußball den Becher da reinzuhängen. Das hat ganz gut geklappt. Und jetzt habe ich halt diese Masken genäht. Die sehen halt gut, also ich finde, sie sehen gut genug aus. Und ich habe mir jetzt noch ein paar Stoffe bestellt, so ein Super Mario Stoff und ein Einhorn Stoff und sowas. Mal gucken, wenn die ankommen. Ja. Ja. Aber so den ersten, die erste Maske war halt weiß und es sieht wunderbar aus. Also es ist ausreichend. Ja. Die Anleitung findet ihr übrigens alle unter in unseren Shownotes auf compendion.net slash dirty minutes left slash 260. Genau. Ja. Ja. Und dann wünsche ich, hast du die Nähmaschine? Ich habe keine Nähmaschine. Nee, das ist aber sonst einfach mit der Hand. Da bin ich, da kenne ich nichts. Sonst, wenn es nicht klappt, nähe ich die eine. Dankeschön. Ich glaube, ich kriege das hin. Ich nähe auch sonst alles Mögliche. Ich habe da selten Lust zu und deswegen liegen hier sehr viele Dinge in einer Kiste, die mal zu reparieren wären. Aber wenn ich das mache, dann kriege ich das auch meistens hin. Was wichtig ist, bei der Vorlage, die Moni geschickt hat, da sind drei Größen drin. Groß, Medium und Klein. Ich habe die Medium erst gemacht. Die ist zu groß. Okay. Also selbst für mich, dann habe ich die Kleine halt gemacht und die passt halt irgendwie jedem. Also ich weiß nicht, wer die Große tatsächlich, also vielleicht für einen Elefanten oder sowas gedacht, aber ich glaube nicht für die Menschen. Also ich glaube, Medium und Large und dir ist Medium schon zu groß? Ja. Okay. Ich meine, es gibt ja auch Leute mit erheblich mehr Kinn, als du es hast. Ja, und vielleicht, wenn du irgendwie so drei Meter Bart damit in die Maske reinstopfen möchtest, dann geht das vielleicht auch. Kannst du den nicht einfach so verknoten, dass der schon von sich aus eine Maske ist? Ja, genau. Also ich habe die Kleine gemacht und das reicht wunderbar. Sehr gut. Auch wunderbar übrigens ist das iPhone SE 2020. Wir haben jetzt eins im Haushalt, Angela hat eins und zwar die rote Variante und hat jetzt erst gemerkt, dass man mit den Product Red Varianten von Apple ja auch irgendwie was spendet und hat gesagt, dann müssen wir ab jetzt jede Sache, jedes Telefon, jedes Gerät müssen wir in rot kaufen, weil das spendet ja dann was. Es gibt halt nicht jedes Gerät in rot. Nee. Aber das Telefon ist tatsächlich sehr schön. Also es sieht aus wie so ein iPhone 8 und hat aber einen schnellen Prozessor drin und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Gerät. Dafür, dass es jetzt 479 Euro Startpreis kostet, das wird über die nächste Zeit wahrscheinlich günstiger werden und eben verhältnismäßig klein ist im Vergleich zu einem iPhone 11 oder einem iPhone XR und auch leicht, ist es ein wirklich, wirklich nettes Gerät, was problemfrei jetzt die nächsten vier, fünf Jahre oder so halten kann. Also ich nehme mal an, dass das bei Apple jetzt so bleiben wird, dass sie sich dieses eine Long-Term-Gerät ziehen, was ein bisschen ältere Technik drin hat, wobei, wie gesagt, der Prozessor ist jetzt der aktuelle. Also das ist der gleiche Prozessor, ist ein bisschen runtergetaktet, aber das ist der gleiche Prozessor wie beim iPhone 11, wie heißt das, das 11 Pro? 11 Pro Max Plus. Ich weiß nicht, wie das teure Gerät davon heißt, ehrlich gesagt, weil mir reicht das iPhone 11. Also wenn ihr, wenn ihr nicht wahnsinnig viel Geld für so ein Telefon ausgeben wollt, dann reicht auch eine große Menge Geld und dann könnt ihr euch so ein iPhone SE kaufen. Ich finde, das sieht von hinten fast so ähnlich aus wie mein XR, bis auf, dass der Blitz von der Kamera bei meinem XR, also wenn du das im Hochkant hältst, ist der Blitz unter der Linse und bei dem neuen SE ist es auf der rechten Seite von der Linse, von der Kameralinse. Aber sonst sieht das von hinten fast gleich aus. Ja, nur wenn du sie nebeneinander hältst, dann merkst du halt, dass das iPhone SE 2020 Version erheblich kleiner ist. Ja, und hat halt auch den Homebutton und sowas, ne? Genau, hat den Homebutton, also keinen echten, sondern eben die im iPhone 7 eingeführte Touch-Klick-Variante, also kein echter Button, sondern so ein Vibrationsmotor drunter. Aber es funktioniert super. Also es ist ein gutes Gerät, wasserdicht genug. Toll. Und ansonsten, ich habe was gespielt. Ich habe relativ viel gespielt. Also ich spiele immer noch ein bisschen viel Animal Crossing, nicht mehr so wahnsinnig viel wie früher. Aber da gibt es auch alle naselangen Updates. Ich habe übrigens gesehen, Super Mario Maker 2 hat jetzt auch ein Update gehabt. Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Lass uns das doch gleich machen, dann rede ich danach über die Spiele, die ich gespielt habe. Ja. Also. Also bei Super Mario Maker 3, die haben jetzt angeblich, äh, zwei, zwei. Die haben jetzt das dritte und das damit, sagen sie angekündigt, das letzte Update bekommen. Wo halt noch zusätzliche, zusätzliche Items hinzugefügt werden, ähm, die man halt in seinem Level dann einbauen kann. Zum Beispiel diesen Froschanzug aus Super Mario Brothers 3 und ein paar andere Sachen noch. Ähm, und was ist der größte Teil, der glaube ich hinzugekommen ist, ist der, ähm, World Maker, haben sie das glaube ich genannt, wo du so eine Oberwelt erstellen kannst und dann damit, äh, in dieser Oberwelt halt verschiedene von deinen gemachten Leveln platzieren kannst. Finde ich total geil. Damit kannst du halt so eine komplette, ja, so ein Super Mario Spiel quasi nachbauen. Also es ist nur, du kannst nicht hundertprozentig alles einbauen, was Nintendo damals in die Super Mario Spiele eingebaut hat, ähm, aber vieles halt. Und das ist halt irgendwie ganz cool. Da gibt's jetzt Leute, die halt irgendwie Super Mario World nachbauen. Ja, so umfangreich ist es tatsächlich nicht. Du hast halt einen Bildschirm Welt, den du machen kannst und die, der Weltstil ist immer Super Mario World und es gibt keine Abzweigung und du kannst halt keine, keine Rücksetzpunkte einbauen. Das heißt, die Leben, die du in den einzelnen Leveln kriegst, die sind dann auch nicht übertragbar auf die anderen Level. Und deswegen, das ist halt so ein bisschen schade, weil dieses Update ist schon extrem cool und sehr unerwartet. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, dass es das letzte Update ist, fühlt es sich halt so ein bisschen fad an, weil du genau weißt, okay, auf dem Stand bleibt es halt jetzt. Und es wird nicht irgendwie die Dinge, die du dir dafür noch wünschst, weil das hätte auch ein eigenes Spiel sein können, die wird's halt nicht noch nachgeliefert gegeben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, ich finde es generell, ich finde es trotzdem eine schöne Erweiterung und man kann so ein bisschen halt, ein bisschen Mario-Spaß basteln. Ja. Ist schon ganz cool. Was ich halt schade finde, oder ich hoffe, dass Nintendo irgendwann noch mal dann auf der Cartridge noch mal eine Version rausbringt, wo alle Updates mit drin sind. Ah. Weil Nintendo, also generell, es passiert ja häufig, dass irgendwelche Server abgeschaltet werden und wenn du halt irgendwie in 15 Jahren, also ich glaube, der Wii Online-Shop, der war irgendwie vor 15 Jahren verfügbar. Ja. Und wenn du halt in 15 Jahren nochmal so bei Mario Maker spielen möchtest und die Switch-Server abgeschaltet sind, dann kannst du halt dieses Update nicht mehr laden und wenn du halt irgendwie aus irgendeinem Grund das Spiel damals dann nicht abgedatet hast oder eine neue Switch hast oder jemand, der halt komplett neu zu Nintendo kommt und halt irgendwie in 15 Jahren sich eine gebrauchte Switch irgendwo kauft und da war es das Spiel halt nicht installiert, dann kann er halt nur mit der Original-Retail-Version spielen, wo halt dann vieles halt fehlt. Ja, das ist schade. Das finde ich halt schade. Das ist ein generelles Problem von allem, was wir momentan an Software haben, dass es das kaum noch irgendwie als echte Hardware-Version gibt. Genau, also deswegen, es gibt ja so einige Publisher online, also irgendwie Super-Rare-Games und Limited-Run-Games und sowas, die halt so ein paar Spiele als Game-Cartridge oder als DVD rausbringt für die ganzen Konsolen und da habe ich auch zum Beispiel Enter the Gungeon und sowas gekauft. Das habe ich tatsächlich zweimal, das habe ich jetzt einmal für die PS4 und einmal für die Switch gekauft, aber auch andere Spiele. Also ich habe letztens habe ich da auch nochmal, das war bei Amazon, habe ich Guacamili 1 und 2 gekauft, weil es halt das als so eine Cartridge für die Switch gibt. Auch wenn ich das auf PS4 und auf Xbox One schon habe, also jeweils eine Version davon. Der eine Teil ist auf PS4 und der andere ist auf Xbox One. Jetzt habe ich halt beide nochmal auf der Switch. Was aber doof ist, dass man die Spielstände nicht übernehmen kann. Das zwar ja, aber dafür hast du es halt auf der Switch dann auch portabel. Das lohnt sich ja für viele Spiele, die einfach dann auch portabel zu haben. Ich habe jetzt, wo wir gerade dabei sind, dass man Spiele erhalten sollte. Ich habe eine Konsole vorbestellt. Die wird, angeblich soll die im Mai geliefert werden und sie heißt Evercade. Hast du davon schon mal gehört? Ja, die wollte ich auch bestellen. Habe ich gar nicht gesehen, dass man die jetzt bestellen konnte. Und man konnte die bei Amazon bestellen, also geht auch immer noch so und die soll am 22. Mai erscheinen und da gibt es zwei Varianten, nämlich eine Basisversion, die kostet glaube ich 70 Euro und eine Premium-Version, die kostet 90 Euro. Der Unterschied ist, dass du bei der Basisversion eine Cartridge kriegst und bei der Premium-Version drei. Und ich habe mir die vorbestellt, weil ich das total geil finde, weil das nämlich tatsächlich, das ist, wovon du gerade sparst. Das sind halt die alten Spiele und du kriegst sie einfach auf Cartridge zum An-die-Wand-Stellen. Und das in jeder Spiel-Cartridge, die kommt in diesem Case und in dem Case ist eine Anleitung drin, genauso wie du das von Spielen früher kanntest, wie du es gut fandest und haben wolltest. Und das ganze Ding ist halt ein Handheld, wo du, also es wirkt so ein bisschen wie ein Game Gear, die Cartridges sehen auch so ein bisschen Game Gear-artig aus. Du kannst sie halt austauschen und auf jeder Cartridge sind mehrere Spiele drauf. Und zwar je nachdem, wie viele der Publisher sich überlegt hat, dass da sinnvoll wären. Also es gibt von, es gibt Cartridges von Namco, Interplay, Atari, Big Evil Corp, Technos, Data East und noch ein paar andere. Und da sind halt einige spannende Sachen bei und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Cartridges insgesamt sollen dann erscheinen, zwölf oder 15 oder so. Und auf jeder von denen sind halt mehrere Spiele drauf. Und ich finde das sehr, sehr liebenswert, weil die einfach so schön aussehen, weil die Konsole nett ist. Du kannst sie über ein HDMI-Kabel sogar an den Fernseher anschließen, wenn du da Bock hast. Und kannst das dann einfach spielen und hast halt eine Konsole mit echten Cartridgespielen drin, die sehr klein ist und sich angeblich auch gut bedienen ist, sagen jeweils die paar Reviews, die ich gesehen habe. Und sind halt, also das sind halt relativ alte Spiele. Also es ist jetzt in Namco im Museum mit Pac-Man und sowas dabei. Aber da sind auch von Interplay zum Beispiel Earthworm Jim von 93. Es sind auch sehr neue Spiele dabei. Ich glaube, Pico ist so ein Anbieter, der hat Spiele, die nie erschienen sind, richtig, hat sie aufbearbeitet und gibt die jetzt als Collection dafür raus. Und Megacad Studios hat Spiele gesammelt, die so aussehen, als würden sie auf diesen alten Geräten erschienen worden hätten sein können. Und liefen auch drauf, theoretisch. Aber es gab sie nie. Und es sind also neue Spiele für diese alten Geräte und die gibt es halt auch auf dem Evercade. Und das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Also da gibt es gerade diese Sammelgeschichte. Ich hoffe, dass das Ding erfolgreich wird und ich hoffe, dass das, oh, es gibt auch ab Herbst gibt es auch eine Atari Lynx Collection. Hm, spannend. Und es kommen Xenocrisis und Tanglewood. Da sind es tatsächlich nur zwei Spiele auf einer Cartridge, aber bei dem Preis von, ich glaube, 18 Euro pro Cartridge ist es auch echt alles bezahlbar. Und das finde ich ist ganz nett, weil ich habe dann halt drei, wenn ich diese Premium Connection jetzt kommen lasse und kann mir die anderen dann nur aus der Sicht zum Geburtstag wünschen oder so. Und dann haben die Leute endlich was Schönes, wo ich mich drauf freue, wo sie mich mit beschenken können. Genau, diese Tanglewood, wenn das tatsächlich nur die 18 Euro kostet sind zwei Spiele drauf. Ich habe für Tanglewood alleine schon mehr bezahlt, aber ich habe auch die Mega Drive Cartridge damals bei Kickstarter irgendwie gekauft. Ja, genau, ja. Und das sieht sehr, sehr gut aus, das Ding, und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe auch da findet ihr natürlich den Link in den Shownotes. Ja, kann man wie gesagt bei Amazon.de vorbestellen. Genau. Ansonsten spiele ich auf der Switch ganz viel, auch altes Kram, altes Zeug, was jetzt auf der Switch irgendwann wieder erschienen ist. Diablo 3 habe ich jetzt noch viel gespielt. Das macht Spaß, da gibt es gerade ein Update für die Season, dass es wieder zwei Goblins gibt statt einem. Das ist für Insider spannend, aber finde ich vielleicht nicht so. Und dann habe ich gespielt Hellblade Senua Sacrifice und das finde ich tatsächlich ein interessantes Spiel, weil ich habe das an meinem Schreibtisch gespielt, mit Switch an den Monitor angeschlossen und als ich das gestartet habe, da hieß es, bitte setz den Kopfhörer auf, weil das Spiel benutzt binauralen Sound und das funktioniert dann besser. Und dann habe ich das gemacht und das ist, glaube ich, die nächste Erfahrung, die du an Virtual Reality haben kannst, ohne Virtual Reality zu kriegen. Also, weil diese, dieser binaurale Sound, es ist halt quasi ein 3D-Sound um dich drum rum, den du über Kopfhörer dann eben in deinen Kopf kriegst und da funktioniert tatsächlich, da flüstern halt Stimmen um dich drum rum und du, ich habe zwischendurch gedacht, meine Tür geht auf und irgendjemand kommt rein, aber es war gar nicht so und das war sehr, sehr, sehr eigenartig, dieses ganze Gefühl. Also, wenn dir das Spiel mal in die Finger kriegt, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu spielen, das ist halt irgendwie so ein Wikinger, spielt so eine Außenansicht, Frau, 3D-Welt und die muss irgendwie in der Wikinger-Welt irgendwas, irgendwas erreichen so und die Story ist, glaube ich, völlig Wumpe, aber die Atmosphäre auf einem Spiel, die ist halt ziemlich cool. Hellblade. Und dann habe ich noch gespielt, das wäre auch ein Spiel für dich, Holger, Bulletstorm Duke of Switch Edition. Okay, hast du von Bulletstorm schon mal gehört? Nee. Frechheit, ich habe dir davon erzählt, das ist acht Jahre her, ich habe davon in meinem Podcast 30 Minutes Left erzählt, in diesem hier und damals hast du gesagt, dass das komisch ist, dass ich Screenshots von diesem Spiel mache, um mich daran zu erinnern, wie schön diese Landschaften sind. Die Screenshots habe ich leider inzwischen alle nicht mehr, aber es gibt ja bei der Switch zum Glück auch das, das Screenshot Feature und deswegen werde ich das da wieder machen. Das Witzige an der Switch-Version ist, dass das da die Duke of the Switch Edition ist und der Duke bezieht sich natürlich auf Duke Nukem, den du nämlich alternativ zum alten Hauptdarsteller spielen kannst. Und das Witzige, also das ist wirklich, wirklich witzig. Das ist ein Shooter, erst mal, ne? Genau, das ist ein Shooter, ein Shooter, ein ziemlich abstrus, brutaler Shooter, der als Feature hat, dass du irgendwie so einen Greifhaken hast wie Scorpion und also wie Model Combat Scorpion und kannst dir damit deine Gegner herziehen und kannst dir dann auch wieder wegtreten und so und es gibt halt verschiedene Achievements, wenn du das fünfmal machst mit dem gleichen Gegner oder so. Also sehr abstrus, brutales Zeug, aber das ist halt witzig und also es war im Original schon witzig, als es 2011 rauskam und jetzt ist es noch witziger, weil eben der Duke den Hauptdarsteller ersetzt und da halt in diese Welt überhaupt nicht reinpasst und sie haben nicht nur die 3D-Figur ersetzt, sondern auch all seine Sprachsamples, aber nicht die der anderen. Und das fängt halt damit an, das im Original sagt halt der Hauptdarsteller irgendwas von wegen wie viel Geld haben sie dir geboten? Sie verhören irgendjemanden. Wie viel Geld haben sie dir geboten? Und er sagt, ah, eine halbe Million und er sagt, ah, eine halbe Million, das ist ja total viel und dann geht dieses Gespräch so weiter und der Duke wacht halt auf in dieser Position und fragt, oh mein Gott, wie viel habe ich getrunken? Und dann antwortet der genau wie vorher auch, ah, eine halbe Million und dann sagt er, boah, das ist ja echt eine halbe Million, das ist ja ganz schön viel und fühlt sich halt, also es ist einfach super witzig, weil nur seine Dialogszenen geändert wurden, er in diese Welt nicht reingehört und sich ständig wundert, dass er Grayson genannt wird oder Gray, weil er natürlich nicht Gray oder so ist und ja, also wer den Original-Dialog kennt, für den ist es noch witziger, aber es ist doch schon witzig, wenn man sich einfach vorstellt, dass da eigentlich wer völlig anderes in diesen Dialogszenen drin war. Genau, das gibt es halt auf der Switch, das gab es neulich irgendwie für ein paar Euro, ich weiß es nicht. Das muss ich mir vielleicht auch nochmal holen. Es ist ein sehr witziges Spiel. Kann ich übrigens auch empfehlen, einfach mit einem Pro-Controller zu spielen, wie alle Shooter auf der Switch, das bietet sich an, die sind, ist einfach netter. Ja, ich habe leider, leider gerade keinen Pro-Controller hier, der ist irgendwo tief in meinem Lager. Das ist ein bisschen doof, das habe ich schon ein paar Mal gemerkt, also das ist auch bei Enter the Gungeon, da wäre ein Pro-Controller glaube ich etwas besser. Ja. Hast du Exit the Gungeon mal gespielt? Ja, auf dem, auf dem Game, Gameboy, auf dem, auf dem iPhone. Und das ist jetzt auch für die Switch rausgekommen. Und ja, da muss ich mir auch nochmal runterladen oder so. Das ist aber halt, ist ja so ein ähnliches Spiel, nur halt, dass es nicht ein ganz anderes Spiel ist. Also das ist halt ein, ja, das ist ein Sidescroller und kein Top-Down-Scroller. Platformer. Ja. Ich habe das ganz kurz angespielt und dachte, okay, brauchst du nicht und dann habe ich es wieder gelassen. Die Spiele, also Enter the Gungeon, Exit the Gungeon, die sind halt auch sehr ähnlich wie zum Beispiel auch Icarugan. Das ist halt so ein Bullet Hell. Also, du stirbst halt immer. Das ist halt, ist halt nicht so leicht dem Ganzen auszuweichen. Ja. Der Frustfaktor ist da sehr hoch. Ja, verstehe ich. Ich habe das auch häufig so, dass ich spiele halt und dann spiele ich fünf Minuten und dann schmeiße ich die Switch irgendwie aufs Sofa, weil ich keinen Bock mehr habe, weil ich halt so oft sterbe. Oh je. Ja. Da werde ich mich jetzt ja gleich wieder hinflüchten zu Enter the Gungeon. Vorher werde ich noch Essen kochen und dann war es das. Sehr gut. Liebe Leute, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.